so wir wollen folgendes jetzt machen ich möchte eigentlich dass das ziel oder weiter befüllt wird aber jetzt einmal raus fahren kurz ich überlege mir aber dann nicht an dass da befüllen gleich ich muss halt immer darauf achten dann weil ich möchte eigentlich das eine dann erst mit autodwalf befüllen lassen wenn soll ich sagen wenn das dann fertig ist so dann machen wir uns an das Lassen wir das mal durchfahren. Wir müssen nämlich da viel früher schon beginnen. So, da beginnen wir nämlich schon. Wir beginnen nämlich hier schon zum Ausdrehen. Das hängen auch schon. Das hängen auch schon. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay, das habe ich mir nämlich fast gedacht So So So, nochmal Action Jetzt haben wir es dann hoffentlich bald Wenn ihr Tipps für sowas übrigens habt, immer gerne in die Kommentare So Von dann wieder hinaus So So weit, so gut Jetzt müssten wir diesen Punkt da hinten irgendwie benennen Fahrsilo 1 Fahrsilo 1 Alex So, und jetzt müssten wir schauen, das ist Feld 147 Irgendwo hängt der da 147 So, dass ich vergessen habe, was ich dann ausfahrt habe Ups Schluss mit lustig Auf geht's zu mir nach Haus Wir müssen eigentlich zu 25 Das ist 23 bis 25 Gut Du fahrst zum Händler Du fahrst zum Händler 247 So Und wir machen hier weiter Ich muss sagen, es ist ganz schön was los jetzt mittlerweile schon Also jetzt sind wirklich fast alle Traktoren Also jetzt sind wirklich fast alle Traktoren wirklich vollrund im Ansatz Wir sind noch nicht einmal in der Erntephase Denn in der Erntephase wird es ganz hart So 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 Uppala. 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 kein Kurs. Wir sind hier auf Feld 147. Den bekommst du auch gleich reingeladen. So, dann startet der erste Wegpunkt. Dein Ziel ist es. So, dann startet der erste Wegpunkt. Probieren wir es. Schauen wir, ob es klappt. Danke für deine Hilfe. Danke. 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 Pum, 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 pum. Von der selben Größe, okay. Pum, pum, pum. Gut axelwot, pum, pum. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wo bist du? dass es nie kommt hier im neuen Jahr und 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 Gut.